Oh mein Gott, das ist so viel Flak, Alter. Ich meine, die wollen mich halt eben jetzt auch aufhören. Jetzt kommt das Radar, jetzt geht's erstmal auf mich wahrscheinlich. Shit. Den letzten Flap halt. Oh, mit Kremlin und 6 Stalingrad. Also wir können gerne wieder das gleiche springen wie eben. Also wieder tauschen. Genau. Hallo, Janu. Moin. Ihr habt wieder ein schönes Open-Water. Ja, diesmal kriegt dein Camp nicht. Nee, aber ihr könnt halt einfach den Gegner resetten, so lange wie umgeht. Ja klar, müssen wir auch. Dafür bluten lassen. Genau. Die können sich halt nicht verstecken, die haben kaum Inseln. Die werden wahrscheinlich über B pushen und dann panischen wir sie halt einfach genauso über B. Und wenn wir B verteidigen müssen, dann kriegen wir halt A. Ja, wir werden sehen, wie sie sich aufteilen. Also wenn sie über A pushen, dann haben wir es halt auf B auch leicht. Und wenn sie über B pushen, dann haben wir es über A leicht. Und Pingu machen ein paar Ziele. Ja, ich geh mal bestes. B ist, du kannst dann hier raus? Ja, mal gucken, ja. Bei welchen? Ich bin einfach nur von hier quasi vor und von vorne, dass Johan in die Breite da reinkriegt. Ich fahr erst mal in Richtung 10er Linie und... Ich hab mein 10er Rett neuer, ich glaube, das geht dann. Ich glaube nicht. Hör ich schon. Gut, dass wir hier E den Kacken haben. Aber jetzt bin ich drin. Gut. Okay. Nee, Wanninger, du bleibst bis zum Lebensende gebannt bei mir. Ich fahr direkt erst mal straight ein Stück weit nach außen, dass ich hier die Cross-Shots in 10 reinkriege, dass ich die resetten kann. Jo. Die ganze Zeit auch. Ja, jetzt nichts, was mich jetzt auch macht. Wie viel Luft ab, der Support? Wir machen 4 Stalingrad und 2 Stalingrad und Kreml. Die Flak tut weh. 4-3 Split am Turnpap. Der Flak tut 4-2-A. Das Schöne an der Seite ist, dass sie mich nicht so von zwei Seiten einboxen können. Der Cross-Board ist weg, ne? Auf Tiers können wir das... Vor allen Dingen ist das Schlachtschiff halt nur mit zwei Seiten zusammen. Ja. Auf hier. Okay. Das ist schon mal die erste Stalingrad. Das ist gerade die Wenigrad. Wie viel? Die Stalingrad, die vorne. Ich habe jetzt 15k gerade mit Torpedos. Ah, okay. Ich hatte hier nur 6 Tage gegeben. Wahrscheinlich so viel warten und ich mache dir so eine Wand bis zu der Insel, dass du einfach dahinter fahren kannst und stemmen kannst. Ja. Dann halt am besten an. Ja. Ich gebe nochmal einen D-Captain. Schotzen raus. Kann ich schon schmerzen? Ja. Ich bin schon schmerzen. Aber wenn ich hier auf den vorderen edge. Ich halte jetzt auch gleich und auf HE. Ja. Ich halte jetzt auch gleich auf HE. Und dann machen wir den Snopps da besser, ne? Genau, den Snopps da jetzt. Ich glaub die Warte ist von meiner Hauptsache wahrscheinlich. Der bremst ab und der wird reversed gleich. Der steht besser. Die wirfen grad die Steilten hier bei uns? Ja. Also der Snopset, der steht jetzt fast. Mhm. Ja, dann greife ich gleich an mit Bomben. Ja. Der fährt rück, vielleicht war nix. Äh, der fährt rück. Der fährt rück. Ja, der fährt rück. Und der Monat da, der bremst auch gerade ab. Ja, der will eben. Äh, hat die. So, pushen sie auch nicht. Was war nix? Sorry, nix, alles gut. Bremst? Ich sag's euch, dieses Verspringen dieses Visiers ist so bescheuert ey. Hat damage gone? Ich hab' doch gleich mal einen Toppen drauf. Aber ich glaub der will nach hinten wegführen. Ja, der fährt wieder nach vorne. Der steht jetzt wieder. Der steht jetzt wieder. Der steht jetzt wieder. Der steht jetzt wieder. Der ist nur noch raus. Äh, ging du nicht ganz viel aufgehst? Ja, ja. Kann man auf Get setz noch nicht aufgehst? Er fällt auch jetzt wieder vorwärts? Das Knobrit fällt vorwärts. Und ich glaub der spiel voll in meinen Toppen. Ah, dann wier wir helpten können wir mit der Zelte. Äh, jaja. Der kann doch nicht mehr aufgehst, ne? Ja, der Knobrit geht draußen. Er ist tot. Der Knobrit ist tot. Dann können wir schon mal wieder einen anderen gehen. Ich helfe jetzt drüben bei A nochmal mit. Ey, fährst du dann wieder ein bisschen mit hier ab? Ja, ich bin hier 14,2 vor der ersten Stahlgerade. Ich geh wahrscheinlich nicht mehr zu, wenn die weiter so pusht. Ne, aber dass du nicht genau noch weiter nachzumiert hast. Du meinst die Legende? Okay, ich mach dann die Mitte zwischen euch beiden, dass ich gleich noch besser im Winkel auf den Top. Ich hab jetzt noch ein bisschen Hector zu resetten, also... Ich mach nämlich die Charlingarte direkt am unteren Ende des Caps und dann kann ich stehen bleiben wollen. Also jetzt kriegen sie einen, weil ich gerade mal resetten kann. Okay. So, die Legende ist auf 20k. Ja, ich fahr schon. Der Monarch bleibt stehen. Der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Wenn wir die Legende rauskriegen, dann passt das ja. Okay. Was mach ich da? Ich guck mal so ne Wand drüber. Ja, weil er mich spotte. Oh mein Gott. Es ist so viel Flugg, Alter. Ja. Ich mein, die wollen mich halt eben jetzt auch auf. So, jetzt block das Raider. Jetzt gehen sie erstmal auf mich wahrscheinlich. Shit. Der wird mich Raidern können. Ja, zwei Aimline auf mich. Okay. Ist gut. Gehen sie erstmal von Maeve runter. Noch mal 12k auf den Monarch? Jo. Wir müssen hier auf die Legende gehen. Ja. Ich häng jetzt. Ich geh jetzt in der Vorder. Ich geh auf den Legende auch nochmal. Ich schieße an. Ich geh jetzt in der Vorder. Ich geh auf den Legende auch nochmal. Ich schieße an. Die Mann so einen heftigen Druck, die Typen. Ich geh auf den Legende. Ich geh aber noch mal sterben. Ich geh da auch. Ich geh da auch. Aber ich werd halt eben auch sterben. Oder ich geh da dort. Er hat jetzt gleich den WG Fließen auf Ack oder sowas kriegen das bei auch rot. Ganz fauna. Ja, wir gehen jetzt weg. Nein, Pingu einmal helfen auf WG Fließen auf Moana. Die oder Du? Ja, ja. Man unterwegs. Wir haben zu viele Flugzeuge verloren, ich hab keine mehr. Ich habe mich jetzt zu sehr gegen die Kante drücken lassen, weil ich da nicht soll kommen kann. Kann er da mitfragen? Sag mal, ich bin aber tot jetzt. Ja, ich muss jetzt aufhauen. Ja, sehr schön. Oh, jetzt gehen wir auf dich und kosten so meinen Kopf, Alter. Also ich vermute, dass ich hier oben nicht mehr rauskomme. Ich auch nicht, ich hänge eine Borde fest und ich werde dann gleich aufgehen. Ich helfe bei der Kremlin ganz schnell mit. Was? Wahrscheinlich hat die Stadion jetzt schneller, oder? Eine Stadion-Taktik, äh, steht schon ab. Ja, und da bin ich auf dem Auto-Taktik. Ja, aber ich denke, dass ich das gewinnen, Alter. Ja. Äh, Kiles hat gerne vermehrt die Borde rein. Ja, ja. Ich bin jetzt gerade eh geraidert. Das ist auf. Ja. Das Kremlin nimmt Bomben. Sehr schnell. Du bist auf 12-3, ne, vor der Kremlin. Boah, der ist auf 20. Ja, ich bin jetzt auch spotted. Vielleicht schießen sie auch immer auf mich. Hier, du gibst einen auf 30k runter. Ja, halt aber wieder. Ja, die hauen alle ab hier. Wann kannst du smoken? 10 Sekunden noch. Ja. Und dann guck, dass du den Smoke Richtung Kaiser legst. Ja. Der nimmt keinen Tor, oder? Der nimmt keinen. Kann jetzt. Nee, der läuft schon. Der Ratter läuft hier gerade, ne? Ist okay, ist okay, ist okay. Ja gut, aber die Kreml ist krass, die geht raus. Ja, und, und. Er schieß auch auf Thunder. Ja, ja, und die hat auch Thunder gerade geschossen. Ja, ja, genau, das finde ich gut. Nur noch, Kaiser geht's. Ich muss die Kaiser rein. So, komm. Panda, du musst jetzt Richtung A. Ja, ja, ich fahr jetzt drüber am Parade. So, ich bin jetzt im B-Cap drin, das ist erstmal delayed. Cool. Aber die werden mich ja gleich auch direkt aufradern. Wir werden hier drüben noch die Stalingrad bekommen mit Bingo und allem. Was für ein Kram. Oh ja. Mit Flooding. Ob sie hat noch HP, das ist gut. Oh, ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Ja, gut, die Top sind schon vorbei. Schade. Äh, Glancy, kannst du ein bisschen weiter klitschen, bitte? Nein, ich probier's. Ich muss mich erstmal hier angucken, sonst kühlt er mich gleich weg. No, warte, weil ich gerade doch schon zuletzt mit dem Felix in den Goldenen sind. Ah? Full-speeden Mädels. Ich habe nochmal zwei Taubskläufe von mir. Dann sollte er raus sein. Ist die Stadion auf 20er runter? Gut, okay, jetzt drüber. Alter Schwede, ich habe 173k Damage. Die Stalingant außen auf der 9er Linie hatte 19k. Genau. Nicht die, die offen ist. Check. Ich bin gerade geradert, das spielt erstmal auf mich. Sehr cool, wenn die auf die schießen, das ist selber spattet. Ich lasse euch auch gleich nochmal einen Fighter hier. Was? Zum Swatting. Ganz so, ja, das ist gut. Ich finde es immer noch genial, dass du gerade nicht, wo du bereit seid, vor der Kreml im Strand, dass du nicht geplatzt bist. Wer? Wer? Wer ist das? 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 Alter Schwede, was ist das? 2. 2. 1, 2. 1, 2. Slip, Flying und Motorausfall. Und Spieger kaputt. Er hielt schon wieder. Er ist oben schnell. Nö. Sehr gut. Und jetzt schon ab. Und jetzt schon ab. Ach Quatsch. Oh? Genug Zeit haste. Ja, aber es gibt doch gar keinen Kraken hier im CB. Egal. Geht ums Prinzip. Ach, das Grub. Mach 10 Pens und 10.700 Damage, aber es war mehr. Das ist... Das... 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 Dann ist der Spot erstmal weg. Oder er nimmt meine Tops. Ja, der Spot ist ja dadurch... Egal. Ja. Ich denke, er muss mal nicht schießen. Ich habe die Hoffnung, dass er meine Tops entfährt. Was dann sieht das mit dem Cap ganz gut aus? Na, der hat DefaA am Start, Junge. Ich überleb'n das nicht. Lass ihn dir meine Tops reinkommen. Lass ihn dir meine Tops reinkommen. Ja, der ist nicht mehr. Ja, der Zweite daneben. Ja, der Zweite daneben. Lass meinen wir da nach neben doch ist. Ja. Oder? Ich sehe nichts mehr. Oh ja. Ja, Motor ausfallen. Ja. Nur der mit von mir. Ich habe schon mal super geholfen. Es macht Spaß, da ist es sad. Warum redet ihr englische Tomaten? Willst du ihn kommen? Ja. Sehr schön. Alter, schön gemacht. Das war richtig schön, wie wir gelöst. Wie auch immer ihr das unüberlebt habt. Das war sehr... Knapp... Nein, der Kremlin hat bei mir... Die ganzen Mummeln sind einfach ins Wasser geplatscht. Ach so. Aus Rohr und rein ins Wasser. Klaus combat.